So, und willkommen zurück zu League of Legends. So, Begrüßung fertig, jetzt kannst du mitreden. Wer? Du. Ich? Ja. Moin. Guten Tag. Oh, Franken, Tibbers, Annie. Mhm. Ja, erstmal hallo, ihr YouTuber da draußen. Also die drei Leute, die ich bisher auf seinen Videos gesehen habe. Ich bin Virgil, ich bin der komische in der Schule. Also, ich habe mir heute sagen lassen, ich bin der ostdeutsche MacGyver. Das heißt, gebt mir Kaugummi, gebt mir einen Stift und ich kann Kaugummi kauen, während ich meinen Namen schreibe. Ich bin multitaskigfähig. Ach, herrlich. So. Lachen ist doch gesund. Heute in der Chaos-Ecke mit Malfit und einer Geisterbraut Morgana. Oh, ja. Malfit ist ganz schlecht, schlechter, noch schlechter. War wahnsinnig genommen? Und Morgana ist, naja, hat wenigstens ein Custom-Skin. Vor allem, ich habe jetzt einmal mit ihr gespielt erst. Was soll ich sagen? Also, ich habe zwei Beispiele mit Malfit. Aber ich habe auch noch niemanden gesehen, der meine schöne Rose irgendwie als... Verdammt. Die Typen da unten haben meine Rose. Sogar dreimal. Okay, schweige ich nicht mehr. Die Schweine. Ja, muss dann töten. Das sind sogar drei mit meiner Rose. Was fällt denen ein? Ja. Rechheit. Merke deren Gesichter, such sie auf und hau denen auf die Schnauze. Hm, mit viel Glück werden wir eh Anivia oben haben. Ja, wahrscheinlich. Egal, der wird getötet und fertig ist. Boah, die da unten sind irgendwie langsam mit dem Laden. Du weißt, wenn du Anivia getötet hast, musst du ihn nochmal töten. Was? Ja, wenn du Anivia tötest, musst du Anlauf nehmen und dann richtig schön mit dem Knie ins Ei. Okay. Nee, ohne Scheiß. Der stirbt nämlich nicht gleich. Der verhandelt sich in ein Ei und das müssen wir dann knacken. Aber da müssen wir so richtig mit Anlauf gegenhauen. Okay. So, bis es wehtut. Auch ein bisschen leer. Ach, ja, das wird lustig. Im Anschluss treten wir noch nach, bis sich der... Der Mann, ich hoffe es ist einer, dann vor Schmerzen krümmt. Und er sich nie wieder die Rose nimmt. Oh, nee. Ei. Ui. Mann, die ist toll aus. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich bin ne Geisterbraut. Ja. Trödelt nicht rum. Guck mal, ich bin fetter Fels. Obwohl ich wollte ja eigentlich den Skin davor haben, aber der war mir ein bisschen zu teuer, 1350. Es gibt, äh, zwei Skins, die ich gern hätte. Welche? Einmal der Sensenmann-Kathos, für meinen Kathos. Hä? Und einmal der Jurassic, äh, Showgut. Anni Vier! Ich werde mich noch rächen. Was für ein Schmack aus. Ich bin jetzt schon weg. Ich meine, der Anni Vier, der ist ja auch so ein Held. Guckt uns so dumm an. Mit ein bisschen Schaden. Haut ab. Ey, da steht jemand. Komm, hier, den nehmen wir. Ehe? Oh, nicht, nicht, nicht. Das ist uns lustig. Ja, mein Schild ist wieder da. Nein, scheiße, mein Schild war weg. Erstes Blut. Wat, schon? So, ich muss noch ein paar Sekunden starten, mich mal kurz zurückziehen, denn mein Zelt muss ich wieder hier aufladen. Perfekt. Und jetzt gehe ich hier mal irgendjemanden lanzen. Ah, schade, doch nicht. Nicht so weit, nicht so weit, wo ich vom Turm bin. Der will mich schlagen. Weiß, ich habe zurückgeschlagen. Was bist denn du für ein Held? Achtung, dein Leben. Oh ja. Hast du Hild-Tanker hoffentlich dabei? Dann nimm einen. Ich bin Tank, ich halte was aus. Du bist Caster, so bist ich das. Gleiche probiert wie ich. Nicht, 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 nicht. Nee, nee, nee. Ich schlaufe hier nicht vor. Komm zurück. Nicht ärgern. Ich bin zu weit weg. Die werden dich targeten. Mögenwahrscheinlich. Ich werde mich hier aufrechen. Geh weg. Oder so. Hättest du das angekündigt, hätte ich das neu gekriegt. Wir machen. So. Ah, scheiße. Ich habe Hattens. Ich brauche Mana. Und ich brauche ein paar Levels ab. Ich brauche. Die will all quälen. Geh dich ein Stück zurück. Komm mal hier. Komm mal hier rein. Versteck dich einfach hier. Oh, ich spiel bitte n Lockvogel. Nee, komm hier rein. Geh irgendwo rein, dann wissen sie nicht, dass wir da sind. Und dann warten wir, bis die... Naja komm, dann töten wir sie. Ich bin auch nicht. Irgendwie stirbt die Spinne grad. Welche Spinne? Wie heißt die nochmal? Oder was ist das, wer das Spiel... Ach, keine Ahnung. Können wir den töten? Da, da, Jessie hat was geschrieben. Ja, da war nix. Feuchling! Au. Die wollen mir Aua tun. Ja, dann geh weg und lass dir nicht Aua tun. Ach so, was ist das für ein Voyage? Die wollen mir Aua tun. Lass mich stornen. Hast du das in der Krabbelgruppe gelandet? Ja. Nein, Spaß. Was hat der Aua tun? Verdammter Axel. Das heißt, in dem Moment kannst du ihn ärgern? Das heißt, in dem Moment kannst du ihn ärgern? Aber es lohnt sich nicht. Oder wie? Ja, doch lohnt schon. Ich mag Meisteri nicht. Ich mag Meisteri nicht. Wie soll ich das sagen? Ich mag Meisteri nicht. War ich doch nicht Auto-Duck, ey? Mit Meisteri kannst du in dem Moment dir dann ziemlich den Arsch holen. Ich glaube, ich bin ein Schmuck auf deine Jugend. Ich glaub deine Userin ist begrüßen. Ach, meine Jugend. Welche Jugend? Ich hatte keine Jugend. Damals als du noch jung warst, also gestern. Ich bin alt. Du bist alt. Ah, okay. Und wie soll ich mich jetzt fühlen? Richtig alt? Wieso? Ich werde dich lieben. Ich glaube, das kann dir Jesse Bruch verraten. Okay. Sagen wir einfach, ich geh stark davon aus, mich knackst du nicht. Wie alt? Machen wir mal das YouTube-Schätzer-Spiel. Was schätzt ihr? Auflösung gibt's im nächsten Video. Ja, was? So bindet man User. Ja, das war. Gut. Ich kann auch User binden, indem ich denen sage, wenn du mir nicht zugust, sperre ich dein Benutzerkonto. Aber das ist halt, ja, das kann ich nur in meinem Job machen. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Mann! Mobbing! Egal. Es einmal. Ich muss mir halt ein paar Sachen kaufen, mal so ein bisschen. Ja, das war alles geplant, ne? Du wolltest ja zurück. Mhm. Ich kann ein paar Heilsachen kaufen. So spare ich mir die Zeit, mich wieder regenerieren. Also, die Anlaufzeit, um zurückzukehren. Und schickst den Gegnern auch noch ein kleines bisschen Geld, aber das ist irrelevant. Ach. Ich bin mal heute sozial. Sozial, ah. So nennt man das heute. Äh, also ich hätte das eigentlich als nöt bezeichnet, aber naja, sozial kann man's auch nennen. Gut. Du bist ein, äh, Kategorie A Punkt sozialer, oder? Immer. Du kannst doch hier den Tank nicht ärgern von mir. Organa, du als Caster, was sagst du eigentlich? Was ist die denn die Fix-Tank hier? Das, was nicht gut Schaden macht. Wieso du's wecken denn? Ja, hab ich ja vor, aber der ist schneller als ich, der Sack. Der Auflauf ist schneller als ich. Oh, nee. Muss ich dem erst Angst machen, was? Och, weich doch nicht immer aus, du Sack. Was machen die jetzt? Das sind böse. Geh weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe, ich hab dir nichts getan. Da will ich dir mal Schaden zu Fingern hauen, dir ab die Decke. Komm nicht so nah ran. Vorsicht, die locken dich. Komm zurück. Ah. Oh mein Schmerz. Ich will immer die Fall... Lock die hier in Tower Range. Kommt her, kommt her. Also lass dir ruhig ein kleines Stück kommen. Das ärgerliche ist, ich brauch noch 19,95 Gold. Also insgesamt 19,95 Dings da. Ey. Lass mich in Ruhe. Fuck, ich hab kein Mana mehr. Nein, nein, nein. Warum hab ich kein Mana mehr? Nein. Okay, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Nein, eigentlich wollte ich sagen, das ging in die Hose, aber naja, das war wohl nix, passt wohl besser zu einem Satz mit X. Mhm. Hab dann meinen, nein, nein, klar. Kommt her ihr Fischköpfe, ich will euch tot sehen. Fischköpfe? Ja. Eine Anmerkung an alle Norddeutschen und Katzen. Norddeutschen, so wie meine einen. Er meint es genau so, wie er es gesagt hat. Er ist böse. Ja. Flamet ihn zu. Rüttet nicht rum. Ach. Eigentlich weiß man, dass ich böse bin. Bitte? Eigentlich weiß man, dass ich böse bin. Sie werden ihn teilen. Hier spiel ich Morgana, hallo? Da verlangt man von mir. Hey, Jesse macht Besitzanspruch hier geltend. Was? Was? Ach man. Ich soll nie ab. Ach ihr steht mir im Weg, ihr Scheißfiecher. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, ich... Irgendwie läuft die manchmal so weit, das gar nicht. Lass sie kommen, lass sie kommen. Ja. Wir haben doch Zeit. Richtig. Sogar kein zweieinhalb Stunden Part wird. Geht raus da. Ach, das hat Anivir schon abgebrochen. Achtung. Du wolltest dich mehr auf die gegnerischen Helden konzentrieren, als auf die Minions, wenn die Helden da sind. Ja, ich fühl mich ja immer... Die stehen mir immer im Weg. Mhm. Das ist ein Problem. Deine Maus ist von der Firma Schätzeisen, oder? So ein Billigprodukt. Höchstwahrscheinlich. Ah, der geht um Schritt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das schaffst du nicht, wenn du der nicht jetzt endlich abhaust. Ja. Ich glaube, ich brauche wirklich eine bessere Maus. Ah, da kann ich die Microsoft Zeitwander empfehlen. Die hab ich. Ich mag sie. Okay. Ich werde mich noch rächen. Nicht hinlaufen. Böse, böse, böse Frau. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Du ziehst dich zurück. Ne, so ähnlich. Ich hole nur den Blue. Was? Den blauen Buff hier. Der macht was? Wenn ich das hinkriege, heißt das. Frisch helfen. Brauchst du nicht. Okay. Hoffe ich. Hoffe ich. Hoffe ich. Bin halt schon schwer geschädigt. Mein Charakter hat auch schon einigen Schaden genommen. Ohne Gnade. Ja, so Schaden ist schon... doof. Mhm. Ein Wutner ist gegen den. Vor allem, wenn man ihn kriegt. Trödet nicht rum. Aber der blaue Buff hier zum Beispiel ist dafür gut, ähm... Ich habe so eine leichte Erklärung. Nicht nur du, ich auch. Ich werde mich noch rächen. Gegner fehlt nicht. Oder? Ne, da ist er. Die wollten auf uns warten, die Dreckssäcke. Aber Ani, wie ist das? Der ist anschaffen gegangen. Oder einfach nochmal zurück in die Base. Vorsicht. Hau drauf, haut drauf! Der Gegner ist wegen dir. Jetzt nicht mehr. Du musst echt an deinem Timing arbeiten, leider. Ich weiß. Bin ich mehr zurück. Der Anivir jagt dich jetzt. Du bist... Leichte Beute gerade. Kommt mal her. Boah, ist der der Schuss hier? Äh, äh, äh... Ich würde mich an deiner Stelle in die Base zurückbunden. Ja. Den Gegner ist nicht aufzuhalten. Kommt da ein kleines bisschen mehr Leidreckssäcke. Ja, doch. Schon. Minimal. Pass schon. Ohne Gnade. Und Jessie regt sich ein bisschen derber auf. Weil sie am Verrecken ist. Oh, weil ich mitreden kann. Oh, nein. Wenn ich jetzt meine ehrliche Meinung mitteile, bin ich wieder der Böse, nicht wahr, Jessie? Achso, du kannst ja nicht mitreden. Hahaha. Ja, das ist mit... Oh, wir stehen 1-7. Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso stehen wir 1-7 eben? Weil hier unten wohl immer nur ein paar Kacken sind. Äh... Ja! Ja! Oh, das ist... Äh... Ja! Äh... Hm... Ich mein, wir haben uns hier oben auch noch nicht mit oben gekleckert, aber das... Ja! Ist schon... Dumm! Wer denn mal... Wir extra leben und damit extra schädeln? Wir schochen... Bleib hier oder hab ich dich... Bleib hier, du sch... Scheiß Vogel! nicht zu gierig sein der hatte doch einen schaff ein für euch ein hp oder kp oder ein leben auf deutsch der wasser fast er ist das verstecken da nichts bringt du kriegst außerdem mehr gold wenn du den schlag gibst du wie du mir das jetzt gerade genehmigt hast ich weiß es gibt auch spezielle gegenstände die du nutzen kannst so genannte goldgain items die sorgen dafür dass du entweder mehr weg Oh Oh Weg da 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 weg 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 Der Anivir konnte sich noch in Tower Reit retten Mano Aber die haben doch nicht gedacht dass ich als Malte tatsächlich untätig bin und nichts mache oder? Aber wir haben einen schonmal getötet Ich guck mal ob ich mir eine neue Ausrüstung kaufen kann Boah wenn die sich zurückbottet das hört sich voll brutal an Bitte? Wenn die sich zurückbottet das hört sich total brutal an bei Morgana Ohne Gnade So ich komme Ja komm wir gehen auf Bord Der Gegner hat einen Turm zerstört Ich bin zwar kein Freund davon weil wir jetzt hier drauf verlieren aber ach scheiß was drauf spart Ha Leute töten und ärgern Sie werden leiden Ja Ja Und wer weiß Vielleicht kriege ich noch ein paar gute Teampreise Und wer weiß Vielleicht kriege ich noch paar gute Teampreise Nein 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 wir bleiben zusammen Okay und der Draven der Egal Wir versuchen hier Teamfights zu provozieren Um noch ein bisschen zu drehen Der Gegner hat einen Turm zerstört Kommt hier schau mal beim Drachen vorbei Oh ein Drache Nicht 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 Okay Nicht 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 Wir müssen den Drachen töten Wenn der Drachen noch da ist heißt das Ah cool Logen Drache Ich werde mich noch rächen Der Draven ist alles mal Oh Ja Anscheinend Wie hast du meinen Qualenteich Ja Wir haben meinen Drachen erlegt Ja Gib ein bisschen Gold Ähm Komm hier ins Gebüsch und porte dich mal zurück Okay Dass wir alle zusammenbleiben Ja Ich verstehe, was du meinst mit, es hört sich komisch an, wenn sie sich bottet Hört sich so gequält an So, ein, zwei Lebensküche habe ich jetzt auch gemacht Bleib doch mal hier Ja, okay, wir werden verlieren, aber Verdammt, das ist das erste Spiel, was ich aufnehme, was lasst wir verlieren Was ich verliere Ich wurde getötet Ich wurde vergewohltätigt Haha Ja, wir spielen scheiße Du hast heute eine neue Aufnahme Oder du stellst unsere Teillichkeit rein Das wird sowieso hochgeladen Du meinst als Erstlingswerk für die Chaosaufnahme Ja, das ist jetzt einfach zu zeigen, was ist, wenn wir mit Franzosen zusammen spielen Wir spielen noch nicht mit Franzosen zusammen Im Team Nein, das sind keine echten Franzosen Die haben bisher noch nicht aufgegeben Aber ja, wir sollten da oben hin Wären das Franzosen, hätten die schon längst aufgegeben Oder es bringt Ich habe letztes Mal mit Franzosen gespielt Boah, die waren so schlecht, ey Das kannst du nicht verallgemeinern Ich werde mich noch rechen Ich werde mich noch rechen Nein, ich sehe mich noch Ich störe was ein Ich wollte das auch so weit zerstören Naja, das war die Strafe dafür, dass ich meinen Flash für die Jagd geopfert habe. Immerhin, wir haben den scheiß Vogel gekillt. Vagina-Speed? Was? Ich weiß nicht, ob er sich sein Genital gerade eingerieben hat und jetzt irgendwie seltsame Visionen hat, aber naja. Man schreckt ja manchen Menschen nicht drin, okay gut, wenn er tatsächlich eine Frau ist, kann man bei ihm-Ihr das tun, aber... Ich sag mal eben... Ich weiß nicht, ob er selbst eine Frau wäre, ich würde in meine Vagina keinen Speed hauen. Tja, was soll ich jetzt da zu sagen? Andy ist tot! Der Gegner hat einen Tun zu schreien. Ja komm, komm, wir trampeln auf ihrer Leiche rum. Ella Vage, Ella Vage... Oh, 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 ich hab das... Das ist sehr gut. Ist die Wunde? Dance! Ich werde meinen Qualen teilen. Warte, 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 warte... Da ist der Chat-Kommentar! Ach schade, die Leiche ist weg. Komm, wir können wieder arbeiten. Okay. Komm, wir können wieder weggehen. Schnell weggehen, ganz schnell weggehen. Geh du weg! Das ist ne Ulti gewesen. Ach... Wenn ich da drin stehen bleibe, heißt das, ich hab ein bisschen mehr Leben. Wenn du da drin stehen bleibe, heißt das, ich geh weg. Du, 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 du. Wenn du da drin stehen bleibe, heißt das, ich mal, es ist Nauer. Ja, doch, schon, ein bisschen. Ha, wir spielen doch mit Frau Zimmer. Sag ich doch! Wenn ich schon verliere, dann vernünftig. 3. Wie gesagt, wir sind so ein Schicksal. Wir akzeptieren dich nicht, ja. Oh, fuck, da. Jetzt geh, weg, geh, weg. Ah! 3 gegen 1 ist unfair. Du weißt aber, dass so 10% Franzose sein ist schädlich, oder? Okay, so 2% Franzose sein ist schädlich. Das heißt, dein Abtautgegen hätte doch so ein kleines Gefühl, dass er ausgeprägt sein wird. Aber nee, ich bin leider kein Franzose. Ja, aber die Genetik ist wichtig. Also in dem Moment wäre beispielsweise ein E wichtig gewesen. Das Abtautgegen. Ich bin halt einer von denen, wenn ich um Kämpfe, dann bis zum letzten Atemzug. Ja, aber doch nicht so. Ich war halt. Wenn du einem Drachen gegenüberstehst und mit einer Zeitung spielst, dann kriegst du ja auch. Das ist ein Eingang für das so. Kein Bullshit. Ey, lass mich in Ruhe. Der hat mich zu sich hingezogen, das ist unfair. Ich verklag den. Der hat mich zu sich hingezogen. Der hat mich zu sich hingezogen. Ich bin erst fünfmal gestorben und dreißig. Ich will auch einen töten. Zum... Zumindest einmal. Bitte. Oh, nur noch Annie am Leben. Hallo Annie, guten Tag. Du bist so rot. Du bist so rot. Du bist so rot. Du bist so rot. Du bist so gut abgeholt. Wer war denn da? Äh, weiß ich nicht. Das war die der Annie-Tante. Ja, die Annie. Ich weiß auch nicht, wie die spielt. Für wen die sich hält. Die Annie, die ist ganz grausab, oder? Heute echt, Mann. Lässt mich eiskalt sterben. Äh, Sekunde, Sekunde, Freunde. Ich wollte mit euch reden und nicht von euch abhauen müssen. Ihr blöden Scheiße. Nein, ich fluche jetzt nicht so viel danach. Ich möchte das einfach nicht so fluchen. Ich möchte mich jetzt so fluchen, dass ich mich fluchen würde. Das möchte ich nicht. Hast du die Logik da verstanden? Ja. Obwohl... Echt? Ich nicht. Erklärst du es mir? Ich bin tot. Er wurde getötet. Was sagt los? Damit hätte ich ja jetzt nie gerechnet. Hey, ich hätte beinahe zwei Stück gekillt. Wenn die mich nicht zu sich hingedrungen hätten. Äh, verloren! Wir haben gesammelt, Mann! Verloren. Wir haben mit Vertrosen gespielt. Warte mal, die Tracks mit uns haben uns ge... Ja. Verprügelt? Ja. Nicht die... Ja, das war für heute League of Legends. Wie es weitergeht, das werden wir es nächstes Mal sehen. Tschüss! Mag ich auch Schüs sagen? Äh, nein. Ich wollte nur eine Vorschau aufs nächste Video umhalten. Okay. Da die Altersfrage noch nicht geklärt ist. Der Cliffhanger für heute. Mua. Mua! Bis zum nächsten Mal.